Am 26. September ist mein Geburtstag und ich mache ein Fest. Ich möchte mit dir feiern. Am 28. April möchte ich meinen 70. Geburtstag mit Ihnen feiern. Ich lade Sie ein. Ich lade euch ganz herzlich zu meiner Geburtstagsfeier ein. Die Feier beginnt um 19 Uhr. Das Fest ist bei uns zu Hause. Das Fest findet im Restaurant zur Brücke in Erpel statt. Du kannst gern jemanden mitbringen. Du kannst einen Freund mitbringen. Sie können gern eine Freundin mitbringen. Sag mir bitte bis zum 19. September Bescheid, ob du kommst oder nicht. Sagt uns bitte bis zum 17. Juli Bescheid, ob ihr kommen könnt. Geben Sie uns bitte bis spätestens eine Woche vorher Bescheid, wenn Sie nicht kommen können. Ich freue mich auf dein Kommen. Wir freuen uns auf das Fest. Wir freuen uns auf das Fest.